Strombergs Star stößt zum Rote-Rosen-Cast. Nach und nach tauchen neue Darsteller für die 23. Staffel von Retros auf neben Francesco Schramm, Alessia Mazzola und Lützi Bach wird künftig auch René Demers als Heiner vor der Kamera stehen. Noch ist unklar, warum seine Rolle nach Lüneburg kam und ob er um das Herz der neuen Rose kämpft. Sicher ist, dass der erfahrene Schauspieler René Demers beteiligt war. Er spielte in Soko München, die Rosenheim-Cops, Notruf Hafen kannte und so weiter. Nicht nur, dass sich Neuzugang René Demers vor der Kamera wohl fühlt. Im ARD-Interview erklärte der 58-Jährige, seit über 30 Jahren Schauspieler reich viel am Theater und jetzt freue ich mich auf die Dreharbeiten. Es ist ein toller Job. Ich habe nur ein bisschen Angst vor all den verrückten Texten, die ich bekommen werde. Aber der Schauspieler ist zuversichtlich, ich kann es schaffen. Vor allem mit der Unterstützung dieser talentierten und wunderbaren Menschen. Ich bin sicher, der Schauspieler wird es in der 23. Staffel sehen. Neben René Dümmer wird auch Martina Aydner-Achampong zur Besetzung von Retros stoßen. Fans können sich auf ein weiteres berühmtes Gesicht freuen. Künftig soll Martina Aydner-Achampong als Gisela zur Besetzung stoßen. Ein Blick in den Lebenslauf des 64-Jährigen wird sie überraschen. Klein, Tagebuch des Arztes, Stromberg. Sie war bereits in Pastuka, Doktor zu sehen. Wie sie zu den Roten Rosen kam, erklärte sie im ARD-Interview wie folgt. Ich war der Geschäftsführer der Werft dieser Serie und er war auch Co-Produzent von The Parliament. Er fragte mich, Martina, was wirst du tun? Du denkst an Rote Rosen, und ich denke, Ich denke oft an sie, und siehe da, da bin ich, wie wunderbar. Rosen der Roten Rose, Arne Rudolf kehrt in die Serie zurück. Doch nicht nur neue Gesichter gibt es in Lüneburg. Sondern auch bekannte Gesichter kehren zurück. Vor wenigen Tagen wurde auf dem offiziellen Instagram-Account Rote Rosen bekannt gegeben. David als Stelle Arne Rudolf wieder eine Telenovela drehen wird. Für viele Fans dürfte das keine große Überraschung sein. Schließlich machte der Schauspieler in seiner Abschiedsrede deutlich, dass er eine Rückkehr nicht ausschließt. Wenn eine Produktionsfirma auf mich zukommt und einen wirklich tollen Plot hat, dann machen wir es. Anscheinend ist dieser Vorfall passiert. Warum er nach Lüneburg kam und ob er dauerhaft bleiben wird, ist noch ein Geheimnis. Sobald es Neuigkeiten gibt, benachrichtigen wir sie hier.